dass ich den hier was doch nicht wo sind die kann ich kein von denen ist hops nehmen ok schaltet die lichter wo sind die lichter ich glaube ich habe ein fehler gemacht leute aber wo sind die lichter bin ich sehe ich sie nicht nein schießt nichts noch einer weniger was los angst vor der spinne wir sind glaube ich jetzt nur noch zu viert ich könnte noch einen hops nehmen und dann ja fertig ok wo geht es lang in ich glaube ich muss so ein paar sachen schneiden damit ziemlich wie nicht wieder etwas bitte tötet ihn nicht wer wer sind sie sie arbeiten seit kurzem mit jemandem bei auskaufen zusammen woher wissen sie das wir haben nicht viel zeit als sag mir seinen namen bist du teppert alter die show ist vorbei anscheinend ist die show noch nicht vorbei boom sein name dr morgen michaels danke nein nein jetzt hat die drange idiot boom noch einmal nein 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 du hast das bei den falschen angewendet du idiot den hätten wir lahm legen müssen oh shit fertig so wie es da raus laufen ich muss lief hinten alter beruhig dich wir werden eh lief hinten no problem bro was zur na super jetzt soll ich auch diese leute verprügeln alle dass das was ist hilft das tut mir echt leid ja nein nicht der Alter, beruhig dich. Was? Okay, das war zu hart. Das war zu hart, Spidey. Und wo ist Martin jetzt? Spiderman, wer ist dieser Dr. Michaels? Ist wohl der Chefforscher dieses Projekts Teufelsatem. Habt ihr ihn gefunden? Ja und nein. Laut Sable steht er unter ihrem Schutz an einem sicheren Ort irgendwo in der Stadt. Aber sie sagen mir nicht wo. Ich dachte ihr arbeitet zusammen. Dachte ich auch. Okay, ich denke ich kann ihn finden. Ich melde mich, wenn es klappt. Okay, jetzt sollten wir uns ja aufwerten, oder? Anzüge sollten bleiben, obwohl wartet. Ich glaube ich kann das jetzt verstärken, oder? Anzug-Mode. Oder lassen wir es sein. Fertig. Da haben wir ein paar neue Gadgets gefunden. Aber ich kann da nichts aufwerten. Hier auch nicht. Ich hätte es machen können, aber lassen wir es. Das reicht uns auch aus, Leute. Okay, was genau ist das? Wow. Das ist cool. Und das? Ja, das mache ich ja am meisten. Oh oh, das kann ich nicht mehr. Das auch nicht. Netzschwinger. Na super, das habe ich ja übersehen. Egal. Missionen habe ich hier schon. Move-List. Das könnten wir lassen. Jetzt könnten wir eigentlich weiter gehen, oder? Hey, wo sehe ich da nichts? Auf der Karte. Jetzt! Hast du Dr. Delaney auf der Party gefunden? Ja, aber Lee auch. Oh nein, was ist passiert? Lee hat ihn verdorben und in den Selbstmord getrieben. Das ist schrecklich. Wir müssen den Typen aufhalten. Werden wir. Bevor Delaney starb, gab er Lee einen Namen. Morgan Michaels. Morgan Michaels. Wer ist das? Mann, du... Ich habe keine Ahnung. Aber ich wette er arbeitet am Teufelsatemprojekt. Hast du etwas aus der Teufelsatemakte rausgefunden? Ja, halte ich fest. Vor ein paar Jahren wollte Osborn mit Fisk ein Labor aufbauen, ohne die Behörden zu informieren. Ein Geheimlabor? Für den Teufelsatem? Wenn es wirklich so gefährlich ist, kann ich das verstehen. Wo ist das Labor? Das steht nicht drin. Fisk hat in Osborns Auftrag alle Einträge vernichtet. Ich habe nur Rechnungen von Osborns Privatkonto an Fisks Baufirma. Wie ich Fisk kenne, erpresst er den Bürgermeister mit den Rechnungen. Tut mir leid, dass ich dich abgebrochen habe, MJ. Okay, auf diesem Weg komme ich in Normans Büro. Ich kann nicht rein, ohne ein paar Sicherheitssysteme abzuschalten. Aber wenn sie mich sehen, werden sie hier alles abriegeln. Also stealthen wir uns wieder durch. Und wie machen wir das jetzt? Ich könnte mich vielleicht von draußen in die Netzwerksicherheitsmodule hacken. Dreh dich nach da! Hier sind die Netzwerkkabel. Sie führen zum Sicherheitsmodul. Okay. Na also, ein Sicherheitsmodul. Es scheinen vier davon im Gebäude verteilt zu sein. Das sollte es mir leichter machen. Was zum Teufel? Sicherheitsteams, melden. Na super, war ja eklar. Die Malfa ist bereit. Sieht nach einem Elektrikproblem aus. Verstanden. Behaltet den Außenbereich im Auge. Wir kümmern uns darum. Und ich dachte schon, es wird einfacher. Oh shit, 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 shit. An alle Sable-Teams. Wir scheinen ein Softwareproblem zu haben. Wir holen einen Experten her. Verstanden. Wir suchen draußen weiter. Nein, 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 nein. Wo ist dieser Kabel? Okay. Komm schon, komm schon. Wir haben's, wir haben's. Da ist das zweite Modul. Was? An alle Agents. Jemand greift auf eins unserer Subsysteme zu. Nein, das wird ja immer schwieriger. Mann, heutzutage haben alle Drohnen. Wirklich. Sable-Teams, Lagebericht bitte. Außenkontrolle negativ. Hier ist alles sauber. Lag das wirklich an der Software? Das untersuchen wir im Moment. Bitte aktuelle Alarmstufe beibehalten. Oh, oh. Okay. Nur noch zwei Module. Achtung. An alle Sable-Teams. Es besteht die geringe Möglichkeit eines Eindringlings. Wir analysieren die Daten. Bleibt wachsam. Verstanden, Zentrale. Oh mein Gott. Ich wär fast erwischt. Da ist es. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Verdammt. Jetzt ist doch ein Subsystem offline. Überprüft den 85. Stock. Außenbereich. Verstanden, Zentrale. Im Anflug. Na super, Alter. Ich muss weg. Hi MJ. Es ist gerade ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Standish sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Er wusste über Dr. Delaney Bescheid, also wohl auch über morgen Michaels. Okay. Mach einfach nichts Verrücktes. Apropos verrückt. Wo ist dieses letzte Modul? Alter. Jetzt. Okay. Wir haben's. Wir haben's, Leute. Wir haben's. Da ist das letzte. Warum? Spidey? Komm schon. Gut. Jetzt habe ich Zugang zu Normans Büro. Und finde hoffentlich mehr über Morgan Michaels und Teufelsatem heraus. Außenkontrolle negativ. Sollen wir abregeln? Noch nicht. Mr. Osborne ist mitten in einem wichtigen Gespräch. Aber sucht weiter. Es muss jemand da draußen sein. Ja, sucht weiter. Ich bin schon drinnen. Kann ich da was sehen? Nein. Moment. Wir wechseln auf eine sichere Leitung. Ich bin Ihnen meilenweit voraus, Wilson. Meine Leute gehen ihre gesamten Akten durch.